In unserer Reihe Leoben einst und jetzt führen wir Sie heute auf eine Zeitreise durch die Leobner Innenstadt. Wir stehen am Ende der Vasenbrücke vor dem Schwammerlturm und blicken nach links. Zur rechten Hand das neue Rathaus. Wer erinnert sich noch an die alte Fischhalle? Und den Eissalon Tumoff. Gummibraun vom Schwammerlturm. Nach dem Schwammerlturm links in der Kirchgasse die Fleischereis Kutnik. Feinkostalm. Die Zuckelzentrale. Schräg gegenüber das Hotel Zumohren. Uhrenpeier. Und Futsalon Tratta. Das alte Stadttheater. Zeitschriftenvertrieb Kienreich. Weinstube Glatz. Der Nordsee. Heute Gasthof Hölzl. Der Leobner Hauptplatz von 1889 bis 1931. Die Zuckelzentrale. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erinnern wir uns an den Großbrand im Berzhaus Und auch an den Verkehrspolizisten auf seinem Arbeitsplatz voller Gefahren Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020